Hallo Leute! Heute habe ich ein etwas anderes Video für euch. Ich denke mal, aufgrund des Titels und des Titelbildes könnt ihr euch sicherlich schon denken, was es für ein Video wird. Und zwar machten das ja in letzter Zeit alle diese hunderten von Schichten von Nagellack. Und deswegen dachte ich mir, probierst du das jetzt auch einfach mal aus. Und ja, ich kann auch gar nicht sagen, wie viele das jetzt werden. Ich mache einfach so lange, bis es nicht mehr geht, bis ich kann das mal sehen. Okay, werden wir dann alles sehen und dann würde ich sagen, wir fangen einfach an und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und dann können wir dann auch noch mal sehen und dann können wir dann auch noch mal sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020